Ornella Warner hat Geschichte geschrieben. Sie ist die erste Spiriner Boxweltmeisterin. Am 29. November 2018 durfte sie sich deshalb in das Goldene Buch der Stadt eintragen. Oberbürgermeister Rigo Badenschier hatte sie dazu in seine Diensträume eingeladen. Der Eintrag ins Goldene Buch sei eine sehr große Ehre für sie gewesen, sagte die 25-Jährige anschließend. Begleitet wurde die sympathische Athletin von ihrem Coach Michael Timm.